Wir haben die größte Aufgabe zu erfüllen. Wir sollen schaffen eine Verfassung für Deutschland, für das gesamte Reich. Deutschland will eins sein, ein Reich, regiert vom Willen des Volkes. Frankfurt am 28. März 1849. Die Reichsverfassung wird verabschiedet. Die Idee einer freien, liberalen Nation ist geboren. Elf Jahre zuvor, im Herbst 1838, machen sich drei Brüder auf den Weg zum Berg Staufen. Hier oben, mit Blick auf den Taunus und ihr elterliches Hofgut, leisten sie, ganz wie es dem romantischen Nationalismus ihrer Zeit entsprach, einen Schwur. Und wie die Inschrift in Stein gegraben, besteht das Wort, das wir zum Bund uns gaben. Nur eine deutsche Fahne sollte wehen, vom Ostseestrand bis zu der Alpenhöhen. Und unsere Losung war, ein Deutschland sei, ein Vaterland. Groß, mächtig, einig, frei. Von nun an soll das Schicksal von Friedrich, Heinrich und Maximilian von Gagern mit dem Kampf für die Einheit Deutschlands verbunden sein. Doch wie kommt es zu diesem Schwur, der einen der Brüder sogar das Leben kosten wird? Die Antwort auf diese Frage liegt in einer einzigartigen Familiengeschichte. Die Freihand von Gagern gehören ohne Zweifel zu den profiliertesten politischen Persönlichkeiten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Selbst renommierte internationale Nachschlagwerke wie die Encyclopedia Britannica berichten über ihr umfangreiches politisches Wirken. Und hier beginnt die Geschichte. In Hornau. Anfang des 19. Jahrhunderts ein kleines Dorf, das etwa 250 Seelen zählt. Das bestand eigentlich nur aus einer Straße und dem Hofgut, in das die Familie dann eingezogen ist. Es waren einfache Bauern, die hier gelebt haben. Und das war schon so ein bisschen der Hauch der großen weiten Welt, der dann mit der Familie Gagern hier nach Hornau eingezogen ist. Hans-Christoph von Gagern ist nach seinem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften im Alter von 19 Jahren in den Staatsdienst eingetreten. Bereits mit Anfang 20 ist der Regierungschef des Fürstentums Nassau-Weilburg. 1814 nimmt er als Gesandter des Königs der Niederlande am Wiener Kongress teil. Mit allen mächtigen oder ausgezeichneten Männern meiner Zeit war ich in Berührung. Oft in vertraulichen Verkehr. Als Gesandter am Frankfurter Bundestag setzt er sich dafür ein, dass alle deutschen Staaten eine Verfassung mit Freiheits- und Mitwirkungsrechten erhalten sollen. In Germanien bin ich geboren. Ursprung, Sprache, verlebte Jahre, Sinnesart. Alles knüpft mich an die Deutschen. Wenn ich versuche es einfach zusammenzufassen, dann ist Hans-Christoph von Gagern für mich eigentlich so ein Produkt der Aufklärung. Also das ist jemand, der sehr tolerant ist, der vielleicht zu sehr auch an die Vernunft glaubt, an die Erziehung glaubt, aber der gerade seinen Söhnen doch viel ermöglicht, was sie machen können. Die Söhne genossen nach dem übereinstimmenden Gutfinden beider Eltern schon im Knabenalter große Freiheit. Und alle haben zum Zweck der Fortbildung frühzeitig das elterliche Haus verlassen. Wie wichtig eine weltläufige Bildung ist, weiß auch Hans-Christoph von Gagerns Ehefrau. Mit 17 Jahren heiratet Charlotte Freyend von Gaugreben ihren Mann. Als Ehefrau von Hans-Christoph von Gagern hatte sie auch repräsentative Funktionen als Ministergattin. Und der Umzug nach Hornau hat auch ihr Leben natürlich sehr stark verändert. Auf dem Hofgut teilen sich Charlotte und Hans-Christoph die Arbeit. Sie kümmert sich um das Boten- und Rechnungswesen. Er organisiert die Arbeit auf den Feldern und in den Ställen. Und geht seinem Hobby als Rosenzüchter nach. Nach bewegten Jahren mit andauernden Auslandsaufenthalten wird das Hornauer Hofgut für die Familie zur neuen Heimat. Wir hatten ja insgesamt zehn Kinder. Davon sind allerdings zwei schon relativ jung gestorben. Dann der August mit 20. Aber der Rest der Familie war in den Sommermonaten schon relativ häufig und auch geschlossen mit Enkeln und allem drum und dran. Hier in Hornau, also so ein bisschen Ferien auf dem Bauernhof. An einem schönen Abend gingen wir alle auf die Wiese, die nahe am Garten liegt. Moritz spielte mit Heinrich Federball. Und dann lagerten sie sich im Halbkreis um uns herum. Vater und Mutter sahen ganz stolz und zärtlich auf sie heran. Die Familie ist eben erstaunlich tolerant für die Zeit. Der Vater ist ja verheiratet mit einer Katholikin. Und wie das dann noch im 18. Jahrhundert üblich ist, hat man dann die Abmachung, dass die Söhne in der Religion des Vaters und die Töchter in der Religion der Mutter erzogen werden. Das Hofgut entwickelt sich auch zu einem geistig-politischen Zentrum, das viele Gelehrte seiner Zeit anzieht. Staatskanzler, hohe Beamte, Herzöge, Diplomaten und Schriftsteller schätzen den Austausch mit Hans-Christoph von Gagern. Hier verfasst er verschiedene kulturhistorische und politische Bücher und wird als der Weise von Hornau bekannt. Friedrich, Heinrich und Maximilian als die politischen Söhne der Familie von Gagern werden sie in die Geschichtsbücher eingehen. Heinrich Freiherr von Gagern, 1799 bis 1880, nimmt mit 15 Jahren an der Schlacht von Waterloo teil. Mitbegründer der allgemeinen deutschen Burschenschaft, liberaler Oppositionsführer. Präsident der Frankfurter Nationalversammlung. Die Entwicklung Heinrichs stößt bei seinem Vater oft auf Widerspruch. Während seiner Studienzeit interessiert sich der Sohn eher für die nationalen Ziele der Burschenschaftler als für Vorlesungen und Seminare. Im Rebellenlook der damaligen Zeit, schwarze Jacke, offener Kragen, lange Haare, zieht Heinrich erst durch Heidelberg, dann durch Jena. Immer getrieben von den Gedanken an eine geeinte Nation. Die politischen Vorstellungen der Burschenschaftler sind für ihre Zeit revolutionär. So schreibt er im Juni 1818 an seinen Vater, dass die eigentlichen Grundzüge der deutschen Verfassung gemeinschaftlich sein sollten. Ausgesprochen durch die deutsche Nationalversammlung. Er kommt eigentlich mit drei positiven Sachen da an. Also erstens mal, er ist körperlich groß. Das ist natürlich unter so jungen Männern durchaus was, was hermacht. Er ist ein Adliger, was ihn auch ein bisschen unangreifbar macht. Und das dritte ist natürlich, er hat bei Barterloh mitgekämpft. Also er ist sozusagen ein Kriegsheld. Und das ist natürlich für diese Burschenschaft, die sich eigentlich ganz stark über die Befreiungskriege definiert, obwohl sie die alle nicht mitgemacht haben, ist das natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist hier eine junge Generation, die sich absetzen will. Und der Heinrich von Gagern passt da genau rein. Nach Heinrichs Studium folgt eine Anstellung im Staatsdienst des Großherzogtums Hessen. Doch die Beamtenlaufbahn ist nichts für ihn. 1832 wird er als Vertreter der liberalen Opposition in den Landtag gewählt. 1848 hält die Märzrevolution das Land in Atem. Das Bürgertum und der Adel ringen um die Macht im Land. Mittendrin Heinrich von Gagern, der zu einer der wichtigsten Figuren wird. Ja, die Idee, die Einzelstaaten sollen einfach den preußischen König als Monarchen einsetzen und dann muss die Revolution nicht weitergehen und dann können wir eine Verfassung machen und gut ist es. Und da merkt er dann sehr schnell, das läuft mit den Fürsten nicht. Da merkt man richtig, wie bei Heinrich sozusagen der Schalter umgeht und er ist dann einverstanden damit, dass es eine parlamentarische Lösung gibt, dass also über ein Parlament eine Verfassung gemacht wird. Im Mai 1848 wird Heinrich von Gagern zum ersten Präsidenten der Frankfurter Nationalversammlung gewählt. Er war für einen großen Teil der Nation die Verkörperung des nationalen Gedankens selbst. Der Apostel einer neuen Zeit. Wir haben ja in der Paulskirche eine Verfassungslösung, die eine konstitutionelle Monarchie eingeführt hätte, mit eher sogar sehr starken demokratischen Anteilen. Und daran ist er maßgeblich beteiligt. Seine sonore Stimme, sein Auftreten, seine Haltung, sein Organisationstalent, alles dieses wird natürlich gelobt. Diese Karikatur stammt aus einem größeren Kalender. Und Gagern ist da dargestellt mit der Parlamentsglocke, seinem Merkmal der Autorität, und mit einer Route, die darauf hinweisen soll, ja, er habe doch manchmal doch etwas zu streng agiert und habe eben oft zur Ordnung rufen müssen. Die Nationalversammlung in der Paulskirche sorgt im ganzen Reich für Euphorie. Vor allen Dingen die Frankfurter Bevölkerung war ja aus lauter Freude darüber, dass bei ihnen jetzt so ein großartiges Ereignis stattfindet. Die haben schwarz-rot-goldene Wanner an ihre Häuser gehängt. Und es waren dann abends auf dem Main fuhren beleuchtete Schiffe. Also die Stadt feierte so richtig das Ereignis, auch die Bevölkerung. Auch wenn die Abgeordneten ausschließlich männlich waren und das Wahlrecht für Frauen erst 70 Jahre später in der Weimarer Verfassung umgesetzt wurde, die Nationalversammlung in der Paulskirche hatte auch eine weibliche Seite. Seitdem dann die Nationalversammlung tagte, haben Frauen erst mal unbemerkt versucht, in die Paulskirchen hineinzubelangen und haben sich dann hinter der Kanzel versteckt. Die war mit einem schwarzen Tuch abgedeckt. Und so haben Frauen dann an einem versteckten Ort eifrig den Debatten der Paulskirchenversammlung gelauscht. Das hat sich dann erst im Laufe der nächsten Wochen verbessert, wo man Frauen dann allmählich auch Zutritt ins Parlament gewährte. Und gegen eine Einlasskarte durften sie dann auch auf einer separaten Damengalerie auf Höhe der Abgeordneten Platz nehmen. Sie hat Gäste eingeladen, hat sie exzellent bewirtet und hat aber gleichzeitig vermocht, sich mit ihnen über große Themen der Geschichte oder Politik zu unterhalten. Das zeichnete also eine besonders gute Saloniere aus. Und gerade von Heinrich von Gagern war Claude Hilde so begeistert wegen seiner wirklich profunden Kenntnisse zur Politik und auch wegen seiner ruhigen, sachlichen Art. Das hat sie also immer an ihm bewundert. Auch Heinrichs Bruder Maximilian ist Abgeordneter der Nationalversammlung und arbeitet im Verfassungsausschuss an der neuen Ordnung für Deutschland mit. Bevor Maximilian als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung einzieht, ist es ein langer Weg. Immer wieder wird seine Karriere von Selbstzweifeln gebremst. Er ist so der, der am wenigsten lebensbejahend ist, der dann auch Schicksalsschläge zu tragen hat. 1849, wie stirbt seine erste Frau, was für ihn ein schwerer Schlag ist. Ich sehe immer klarer, dass ich ein ganz mittelmäßiger Tropf bin. Alle Extreme und Gegensätze streiten sich in mir auf die albernste Art. Sein Vater Hans Christoph ist am Verzweifeln. Mit einigen Mühen macht er seinem jüngsten Sohn eine Karriere in der Wissenschaft schmackhaft. Maximilian studiert Geschichte und hat ab 1837 einen Lehrstuhl in Bonn inne. Als Redakteur und Privatdozent hält er sich über Wasser, bis er 1840 in den Nassauischen Staatsdienst eintritt. Im Revolutionsjahr 1848 wird Maximilian als Abgeordneter in die Frankfurter Nationalversammlung berufen. Er war Mitglied im Verfassungsausschuss und war auch stellvertretender Vorsitzender in diesem Verfassungsausschuss. Es entstehen Rechte, die bis heute aktuell sind und auf denen auch die Weimarer Verfassung und unser heute gültiges Grundgesetz basiert. Als ältester Sohn ist Friedrich, der Dritte von den politischen Söhnen. Friedrich, Freiherr von Gagern, 1794 bis 1848. Rechtswissenschaftler und Offizier. Nimmten an der Schlacht von Waterloo teil. Weltreisender, ist das erste Opfer seines eigenen Sieges. Er ist als ältester Bruder das Vorbild für die anderen Brüder. Und er ist tatsächlich wahrscheinlich der theoretisch Beschlagenste. Also es gibt eine Schrift darüber, wie würde ein zukünftiger Krieg in Deutschland aussehen. Es gibt eine Schrift über die Bedeutung des Adels oder welche Vorstellungen er hat. Also er ist tatsächlich auch eigentlich sogar der theoretischste Kopf. Nach seinem Studium schlägt Friedrich eine Offizierslaufbahn ein, ganz im Sinne seines Vaters. Er kämpft als Hauptmann der niederländischen Armee 1815 in der Schlacht bei Waterloo. Ein Umstand, der im Zeitlebens den Ruf eines Kriegshelden einbrachte. Auch nach heutigen Maßstäben ist Friedrich Freiherr von Gagern in der Welt herumgekommen. Paris, Wien, St. Petersburg und Moskau sind noch die gewöhnlicheren Stationen. Er hat dann so eine Art Spezialauftrag des Königs bekommen, die niederländischen Kolonialtruppen zu inspizieren. Und das war im Grunde eine Weltreise, die in den Niederlanden am Hafen begonnen hat, dann über Rio de Janeiro bis in das damalige niederländische Indien, heute Indonesien. Und auf der Rückreise ist er dann eben über Indien, Ägypten, dann wieder zurückgereist. Der Regent von Tiamis schenkte mir mächtige Büffelhörner zum Andenken. In einer Dimension, welche auch hierzulande für eine große Seltenheit gilt. Sie soll Hornau zieren. Das Hofgut Hornau ist für Friedrich schon vor seiner Reise ein Ort des Rückzugs und der Erholung bei seiner Familie. Vor allem eine kleine Höhle in der Nähe hat es ihm angetan. Es ist ein wahrer Philosophensitz, der ihre Meditation begünstigen wird, schreibt er in einem Brief an seinen Vater. Friedrich ist so oft hier, dass der Ort später als Fritzens Ruhe berühmt wird. Doch die Ruhe ist trügerisch. Im Großherzogtum Baden will Friedrich Hecker die Monarchie stürzen und eine Republik errichten. Seine Idee ist eigentlich so eine Massenbewegung für eine deutsche Republik zu bekommen und damit quasi nach Frankfurt zu marschieren und das durchzusetzen. Den Liberalen in der Bundesversammlung geht das zu weit. Sie befürchten ein Umschlagen der Revolution zur Gewalt und lehnen den Widerstand gegen das Parlament ab. Sie beschließen, militärisch gegen Hecker und seine Mitstreiter vorzugehen. Es werden dann eben einzelstaatliche Truppen zusammengezogen und man will deutlich machen, dass das eben nicht mehr jetzt der alte deutsche Bund, der reaktionär war, ist, der hier agiert, sondern sozusagen die moderne Pro-Paulskirchen-Mehrheit. Und deswegen sucht man einen unbelasteten Anführer und Friedrich von Gagern hat direkt erklärt, als die Revolution ausbrach, sozusagen der hat, ich glaube, erst mal irgendwie Urlaub genommen, aber der hat erklärt, er steht sozusagen für die nationale Sache zur Verfügung. Am 20. April 1848 treffen die Kontrahenten im Schwarzwald aufeinander. Es kommt zu einem Feuergefecht. Die Aufständischen laufen im Prinzip sofort weg gegen reguläres Militär, aber bei den ersten Salben wird eben Friedrich von Gagern erschossen. Sein Tod wird mit großer Trauer und Bestürzung aufgenommen. Friedrichs enge Vertraute Clotilde Koch-Kondar beschreibt den Trauerzug mit folgenden Worten. Der Zug, der die Leiche begleitete, war feierlich und schön. Bürgermilitär, Linientruppen, der 50er-Ausschuss, der ganze Senat. Alle Notabilitäten begleiteten den Sarg, hinter welchem die beiden Brüder des Verstorbenen hergingen. Das Schicksal hat das Teuerste als Opfer von ihm gefordert. Die Gräber der Familie von Gagern in Hornau sind heute ein Ort des Gedenkens und des Nachdenkens über unsere Geschichte. Aus heutiger Sicht ist es erstaunlich, mit welcher Vehemenz sich eine Familie für die Idee der Einheit, der Freiheit und der politischen Mitbestimmung ein halbes Jahrhundert lang einsetzte und mitgestaltete. Wir sind ja in vielerlei Hinsicht der Nationalstaat, der ja in den Ideen vorgedacht wurde von der 48er-Revolution. Also ihre Vorstellungen waren immer Willkürherrschaft vermeiden. Also Absolutismus hieß das damals. Heute würden wir autoritäre oder diktatorische Herrschaft dazu sagen. Und es ging auch immer um eine weitere politische Mitbestimmung. Durch das Engagement der Hornauer Bürger sind die Spuren der Gagern-Familie in Hornau allgegenwärtig. Es gibt die Max-von-Gagern-Schule, den Gagern-Weg, die Gagern-Anlage und die Grabanlage der berühmten Familie. Und eine besondere Ehrung der Stadt. Die Stadt Kelkheim verleiht seit 1986 an Persönlichkeiten, die sich um die Demokratie verdient gemacht haben, die Gagern-Plakette in Silber und in Gold. Friedrich, Heinrich und Maximilian von Gagern übernehmen in ihrer Zeit politische Verantwortung. Aufklärung, Freiheit des Wortes und Austausch von Ideen. Allesamt auch heute noch Grundlagen, um die Herausforderungen der Gegenwart anzugehen. Die Stadt Kelkheim Die Stadt Kelkheim